Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und vielleicht kommt dir das hier bekannt vor. Du hast eine Aufnahme von der Stimme gemacht und die hat lautere und leisere Passagen und du hast gehört, dass man mit einem Kompressor jetzt diese beiden Lautstärkeverhältnisse angleichen kann. Aber der Kompressor hat so viele Knöpfe, du hast keine Ahnung, wie man die einstellen soll. Es ist ganz einfach und ich zeige dir, wie du es mit nur zwei Einstellungen schon richtig vornehmen kannst, den Kompressor das machen zu lassen, was er soll. Also, los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe von Mixpraxis. Und falls du das erste Mal da sein solltest, schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Am besten du nutzt direkt die Gelegenheit und drückst mal auf den Abonnieren-Knopf. Dann verpasst du nämlich nicht, wenn es ein neues Video hier im Rahmen meines Kanals gibt. Und wenn du dieses Video zu Ende geguckt hast, kannst du gerne nochmal stöbern in meinem Kanal. Es gibt mittlerweile über 200 Videos, die ich zum Thema Home-Recording, Mixing und so weiter gemacht habe. Also jede Menge Material zum Erforschen. Aber jetzt bist du wahrscheinlich erstmal hier, um zu erfahren, wie man denn den Kompressor jetzt richtig einstellt. Das Wichtigste bei einem Kompressor ist zuerst mal, dass man weiß, was er überhaupt macht. Ein Kompressor ist ein automatischer Lautstärkeregler. Das heißt, er sorgt dafür, dass man lautere Passagen etwas leiser macht und leisere Passagen etwas lauter. Und das Ganze am besten automatisch so, dass man das nicht von Hand machen muss. Und dementsprechend ist der Kompressor natürlich am besten da, wo er solche Passagen auch ausgleichen muss. Und jetzt hat jede DRW ihren eigenen Kompressor, den sie mitbringt. Das ist Reaper, Studio One, Logic, Cubase und wie sie alle heißen, Pro Tools. Jede bringt ihren eigenen Kompressor mit und die machen alle das, was sie sollen. Aber sie bringen auch eine ganze Menge an Knöpfen mit und die wirken sehr verwirrend. Aber das Wichtigste ist, dass man weiß, dass man erstmal nur zwei Knöpfe braucht. Und welche zwei Knöpfe das sind, die du brauchst, um den Kompressor sofort funktionstüchtig, schwieriges Wort, funktionstüchtig einzustellen, das zeige ich dir jetzt am besten mal am Beispiel. Also los geht's! Und da sind wir schon in der Session und das Wichtigste ist, wie ich gerade schon gesagt habe, dass man überhaupt weiß, wann man einen Kompressor einsetzen muss. Denn man muss ihn nicht automatisch benutzen, sondern man sollte ihn ja als automatischen Lautstärkeregler benutzen. Das heißt, am besten hat man eine Stelle, wo es zu laute und zu leise Passagen gibt. Und wir hören mal rein in diesen Song an diese Stelle. Da sieht man schon in der Wellenform her von dieser Hauptstimme, die ich hier eingesungen habe, dass es hier etwa mittellaute Stellen gibt, dann etwas leisere Stellen hier, ein bisschen lauter, dann wieder hier ein bisschen leiser, deutlich leiser und dann eine sehr laute Stelle. Und wir hören mal uns an, wie das im Mix klingt, nämlich so. Ich fand es schon relativ deutlich, hier diese Stelle hier, wo ich To You singe, da ist es deutlich leiser. Das heißt, man kann es kaum hören und danach wird es direkt lauter. Wir hören nochmal rein. Achte mal drauf, wie ich hier To You, wie das absäuft gegen den Mix. Und hier diese Stelle deutlich lauter ist. Von vorne nochmal. Also To You säuft deutlich ab. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Lautstärkeregler und da ist der automatische Lautstärkeregler, der unser Kompressor ja eigentlich ist, ist perfekt. Also, wir laden ihn mal rein und diese Tricks, die ich dir jetzt gleich zeige oder diese beiden Einstellungen, die gehen mit jedem anderen Kompressor natürlich auch, der bei jeder anderen DRW auch mitgeliefert wird. Das heißt, jeder andere DRW hat ja auch ihren Kompressor dabei und die Einstellungsknöpfe sind zwar unterschiedlich, es gibt ganz viele, aber diese zwei, die ich dir jetzt zeige, sind immer gleich, auch wenn sie ein bisschen anders heißen. Threshold, hier an dieser Stelle, heißt immer Threshold. Ich kenne, glaube ich, keinen Kompressor, wo er nicht Threshold heißt. Und Gain, hier auf der anderen Seite, der zweite Knopf, den wir brauchen, der kann auch schon mal Make-Up-Gain heißen oder Output oder Level. Auf jeden Fall, diese beiden Knöpfe brauchen wir, den Gain und den Threshold. Alle anderen Knöpfe kannst du vergessen. Falls du dich dafür interessierst, was die auch machen, gebe ich dir hinterher noch einen Tipp, in welche Videos du von mir reingucken musst. Da gibt es eine Playlist, die du anklicken kannst. Aber wir schauen jetzt erst mal nur auf diese beiden und wie wir damit diese Lautstärke jetzt ein bisschen gleichmäßiger gestalten können. Ich schalte den Track mal auf Solo und wir suchen uns mal die lauteste Stelle hier aus. Das ist hier ungefähr, ich mache mal einen Loop an der Stelle, dass wir hier die lauteste Stelle erreichen, wo ich diesen Bereich hier singe. Und wir stellen jetzt mit dem Threshold die Lautstärkereduktion so ein, dass er an dieser Stelle die Lautstärke so minus 4, minus 5 Dezibel einschränkt. Wo kann ich das am besten sehen? Die meisten Kompressoren haben hier so einen kleinen Levelmeter, also so eine kleine Anzeige, die anzeigt, wie stark das Signal komprimiert wird, wie viel leiser es gemacht wird. Und hier an dieser Stelle wird das mit diesem Balken gezeigt. Und wir drehen den Threshold jetzt, während wir abspielen, einfach mal so weit runter. Also die Schwelle, ab der die Lautstärke reduziert wird, so weit runter, dass er so minus 4, minus 5 Dezibel reduziert. Schauen wir mal. Ja, minus 4,9 ist fast minus 5, da können wir mal bleiben. Das heißt, diese laute Stelle hier in dem Vocal Track wird jetzt hier um fast 5 Dezibel abgesenkt, sobald er an diese Stelle kommt, der Kompressor. Und jetzt brauchen wir nur noch den zweiten Knopf, nämlich den Gain. Denn jetzt haben wir ja hier an dieser Stelle fast 5 Dezibel durch den Kompressor verloren an Lautstärke. Die holen wir jetzt einfach hier wieder auf und heben das ganze Signal um 5 Dezibel wieder an. Das heißt, an der lautesten Stelle wird um 5 Dezibel leiser gemacht und das ganze Signal wird um 5 Dezibel angehoben. Das heißt, die leisen Stellen werden 5 Dezibel lauter. So ist das ganze Signal jetzt um 5 Dezibel lauter geworden. Nur die lauteste Stelle nicht, denn die haben wir ja erst um 5 Dezibel runtergeholt und dann ist die quasi auf dem besseren Level jetzt gelandet. Das heißt, das Signal sollte ausgeglichener sein. Und speziell im Mix sollten wir jetzt hören, dass unser 2U hier an dieser Stelle jetzt nicht mehr so stark absäuft. Achten wir mal drauf. 2U ist jetzt deutlich besser zu hören. Der Amira stößt nicht mehr so heraus. Das heißt, wir haben die Lautstärkeverhältnisse mit diesem automatischen Lautstärkeregler, dem Kompressor, angepasst und brauchten dafür nur 2 Regler, nämlich den Threshold und den Gain. Wie gesagt, die anderen Regler können auch eine ganze Menge, sind aber erstmal nicht so wichtig, wenn man den Kompressor so benutzen möchte, wie man ihn braucht, nämlich als normalen automatischen Lautstärkeregler. Wenn du dich aber dafür interessierst, was die ganzen Knöpfe machen, dann schau mal in die Playlist rein. Kompressor Basics habe ich die genannt. Ich habe da drin 3 Videos am Stück gemacht, in denen alle Parameter erklärt werden, wie du sie vor allem einstellen kannst und eine ganze Menge mehr noch. Viel Spaß auf jeden Fall beim Reinschauen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Ausgabe im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir von gut nur das Beste. Mach's gut und Yasu!